Musik Applaus 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 So und jetzt hören wir wieder ein Jodellied Und ich würde jodeln möchte ich sagen Jodeln Das hat man ganz einfach auch verständigt mit Jodlerin Es gibt jede Menge Verschiedene Arten von Jodlern man kann in der Kirche jodeln und das sind die tragende Jodler und die schnelle Technik, schnelle Jodler. Und was zum Beispiel bei Jodeln auch der Fall ist, es gibt zwei verschiedene Techniken. Eine Technik ist mir mit der Zunge, man holt die Zunge und singt so schnell Jodalas 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 und die andere Technik ist die Schlagtechnik. nennt man das und zwar bricht man da zwischen Kopf und Pussstimme gibt es da im Hals rein so einen Jodelschlag das nennen wir und den Schnakel, was er da macht, zwischen Kopf und Pussstimme das nennt man Jodelschlag und wenn man diesen Schlag mit der zugentechnischen verbindet die Ola, die Ola, die Ola, die Ola die Ola, die Ola, die Ola die Ola, die Ola, die Ola, die Ola standard Jodelschlag Danachros Der sind zwei mechanismisch der einen Jodelschlag wie die Ola, die Ola, die Ola die Ola, die Ola, die Ola, die Ola und die andere mach zu Eid ja, der 200 und manиться ins Europas mein Jodelschlag mit Tvaka ... ... ... ... ... Perfect. And now we will listen to Manuel, as you think, so you will be able to bring her out at the end of our mission to the Lord. I'll sing with art, because you think me a little bit of joy for me. Thank you. Thank you. Thank you.